ich wünsche allen einen schönen guten morgen herzlich willkommen zu einem kurzen marktupdate die situation ist recht angespannt an der wall speed beim s&p 500 ist nämlich im wochenchart ein doji zu erkennen und das deutet auf unentschlossene marktteilnehmer hin was jetzt genau passieren könnte das wollen wir uns gleich genau anschauen den risiko in weiß gibt es natürlich immer vorab der handel mit cfds der ist mit gewissen risiken verbunden dessen sollten sich bewusst sein und ich möchte an dieser stelle betonen dass ich keine handelsempfehlung ausspreche wir gehen direkt rüber in die xstation und fangen mit dem wochenchart an der s&p 500 hat jetzt seine rallye kurz vor dem jahreshoch bei 4.208 punkten gestoppt und wenn wir etwas näher ranzoomen dann sehen wir dass es einen ausbruchsversuch gegeben hat oberhalb des vorwochenhochs bei 4.189 punkten der ausbruch war nicht nachhaltig es gab kurzfristige gewinnmitnahmen was wir aber auch sehen ist dass sich der markt oberhalb einer wichtigen unterstützung halten kann und zwar ist das das zwischenhoch der übergeordneten abwärtsbewegung also hier wurde ja der langfristige abwärtstrend durch tiefere tiefs bestätigt und das ist der mittelfristige aufwärtstrend die frage ist also ausbruch nach oben oder stärkere gegenbewegung und wir gehen mal runter in die kleinere zeitanheit in den m15 und schauen uns das mal etwas genauer an wir blenden uns noch die emas ein ema 20 und ema 50 und wir sehen nach dem gestrigen tageshoch wurden kurzfristige unterstützung unterschritten es gab einen klaren abwärtsimpuls und auch ein crossover eine stärkere gegenbewegung und jetzt den versuch die jüngsten tiefs auszunehmen das heißt wir haben ein bärisches umfeld das heißt tiefere tiefs sind zu erwarten und wenn wir noch mal in den w1 gehen dann können wir folgende ziele auf der unterseite definieren wir haben einmal das tief der vorwoche wir haben das zwischen hoch hier bei 4000 und 73 punkten und dann haben wir hier noch einen wichtigen tiefpunkt bei 3981 punkten das wären so die nächsten drei wichtigen ziele und wenn wir noch mal uns anschauen was passieren müsste damit die bullen kurzfristig wieder die kontrolle zurück gewinnen dann müsste der markt die kurzfristigen widerstände durchbrechen und dann würde man oder wäre das schön zu sehen dass der ema mit 20 perioden denn ema mit 50 perioden von unten nach oben kreuzt dann hätten wir wieder ein bullisches szenario und dann wären oder dann würden die kursziele auf der oberseite aktiviert werden und da gehen wir auch noch mal in den w1 da hätten wir eben das ausbruchsniveau hier bei 4189 punkten das jahreshoch bei 4208 punkten und das augusthoch bei 4327 punkten und erst hier oben würde sich entscheiden ob ein langfristiger aufwärtstrend entstehen könnte vielen dank fürs zuschauen mehr informationen gibt es natürlich auch wie immer in meinem video von heute morgen den link finden sie unten in der beschreibung viel erfolg für heute und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal